Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight. Welli, welli, welli. Schön, dass ihr wieder am Start seid beim 68. Mondstein Laden Update. Ganz genau. Wir haben noch drei Minuten, glaube ich, Zeit oder zwei Minuten. Eine Minute 40. Wir gehen nochmal die alten Sachen durch. Dschungelhaus war sehr, sehr cool. Wir werden bald auch den Dschungel bauen. Trader Sam's Laden finde ich auch sehr, sehr cool. Erinnert mich ein bisschen an Trader Joe, an diese Marke von Lidl. Kommt alles in den Dschungel. Die Boote sind cool, kommt auch in den Dschungel. Skin war ganz cool, ja. Finde ich ganz nett. Auf jeden Fall der beste Goofy-Skin bisher. Magisches Eichhörnchen habe ich letzte Woche das Popcorn-Eichhörnchen aus Versehen gezeigt. Bei diesen ganzen Eichhörnchen, die kommen gar nicht mehr klar. Ich bin jetzt auch nicht der größte Eichhörnchen-Fan. Bitte gebt mir Katzen und Hunde. Das würde mir schon reichen. Rocket League wird auch aktualisiert. Wunderbar. Die geben zumindest Updates und Patches. So geht das bei anderen Spielen. Gasthaus und Creech-Antin auch ein sehr, sehr schönes Haus. Landschaftsbau-Set Hercules war auch sehr schön. Freibauder-Set fand ich auch sehr cool. Habe ich auch für Stream-Snap benutzt. Ihr, glaube ich, auch sehr, sehr viel. Wir gehen noch mal zu Dagobert rein und gucken wir, was noch kommt. Also, uns fehlt ja noch dieses Hobbit-Haus, nenne ich es einfach mal. Oh, der Schrank, den habe ich noch nicht, oder? Nehmen wir mit. Daisy-Schrank wahrscheinlich. Mickey und Freunde, aber von Daisy, genau. Ist zumindest schöner als ihr Haus. Genau, das Hobbit-Haus fehlt uns noch. Es fehlen uns noch so Peter-Pan-Klamotten. Glaube ich so. So eine Mütze und so ein Oberteil. Sonst fällt mir gar nichts mehr von den Leaks ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, den habe ich auch schon, genau. Ja, ich habe leider schon alles. Ja, den können wir auch noch mal mitnehmen. Schwarzer Schreibtisch. Wunderbar. Ab nach draußen. Und dann gucken wir mal, was wir bekommen. Also, mehr fällt mir nicht an. Ich glaube, zwei Häuser müssten eigentlich noch erscheinen. Die nächsten zwei Wochen. Ich habe jetzt extra noch mal 1200 Mondsteine aufgeladen, damit wir jetzt wieder knapp 10.000 Mondsteine haben. Ich hoffe, es wird reichen. 9620. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, das war wieder zu viel Geschwafel. Wir haben den Countdown verpasst. Ich bin gespannt. Ich hoffe, nicht zu viele neue Sachen. Hoffentlich reichen 9600 Mondsteine. Bitte, bitte, bitte. Wir werden auf jeden Fall ein neues Haus kriegen. Ja, der Brunnen, stimmt. Den habe ich voll vergessen. Ja, genau. Das ist aber das Hobbit-Haus. Feurige Schmerz. Okay, komplett vier neue Sachen. Es scheint relativ günstig zu sein. Wir kommen mit den Mondsteinen auf jeden Fall klar. Wie gesagt, ich sage es immer wieder, passt wirklich auf mit den Mondsteinen. Vor allem, wenn ihr jung seid oder so, gebt nicht so viel echtes Geld für Mondsteine aus. Holt euch das durch DreamSnaps. Ich weiß, manchmal gibt es da sehr, sehr wenig. Ich gewinne leider auch keine 4000 Mondsteine mehr. Sammelt wirklich die Kisten. Manchmal gibt es ja auch Briefkasten-Mondsteine. Ja, aber gebt da nicht so viel Geld. Vor allem, wenn ihr jung seid, wenn ihr wirklich keine Kohle habt, wartet, bis die ganzen Sachen wiederkommen. Es kommt immer alles, alle paar Wochen mal wieder. Es wiederholt sich alles. Natürlich wird die Wahrscheinlichkeit immer kleiner, weil es immer mehr Sachen gibt. Aber es werden jetzt immer acht Sachen angezeigt. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich auch wieder relativ groß, dass die Sachen immer wiederkommen. Will ich doch einmal sagen. Ich mache das natürlich alles bei YouTube. Ich mache das, um euch das natürlich zu zeigen. Ohne eure Unterstützung wird das alles gar nicht klappen, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Darum investiere ich auch immer das Geld wieder hier rein. Es ist nämlich sehr, sehr viel Geld, was hier wirklich reinfließt. Aber dann kann ich euch das nochmal schön zeigen. Blattbedecktes Häuschen sieht sehr cool aus. Oh, das sieht auch wieder aus. Das könnte auch so schön in den Wald. Aber mein Wald ist leider schon voll. Nehmen wir natürlich mit. Ah, das sieht auch sehr hübsch aus. Ja, das haben wir auch schon im Trailer gesehen. Genau, die alten Sachen zeige ich euch gleich auch nochmal. Brunnen-Ratatouille. Oh, der ist auch so schön. Ich liebe ja Brunnen. Also damit kriegt man mich ja. Mit schönen Brunnen. Oh, der sieht geil aus. Der ist ja richtig hübsch. Feurige Schmetterlingsflügel. Ja, die hat mir schon den Eisig bekommen. Ich bin jetzt nicht so der Flügel-Fan. Vor allem nicht von diesen Mottenflügeln. Man sieht aus echt wie so eine Motte. Ne, Schmetterling würde ich mir ein bisschen anders vorstellen. Schmetterling ist doch so ein bisschen so geschwungener und nach oben hin so ein bisschen größer und majestätischer. Das wirkt eher wie so eine Motte. Und Bündel-Outfit von Peter Pan. Ich glaube, das würde sehr beliebt sein. Das sieht auch cool aus. Ich bin gespannt, was das nächste Dream Snaps-Thema ist. Ich versuche das mal daraus zu lesen, was es sein könnte. Peter Pan glaube ich nicht. Da müsste man sich ja Klamotten kaufen. Ich bin sehr gespannt. Machen wir natürlich morgen wieder das Video zu. Und die alten Sachen. Ja, dann würde ich sagen, wir haben alles gekauft. Ich habe sogar noch Mondsteine übrig. Guck mal, hätte ich mir gar keine Mondsteine kaufen müssen. Aber wir brauchen wahrscheinlich nächste Woche wieder eine Cozy Edition. Weil sonst würde das wieder nicht reichen. Ich glaube, ein Haus kommt nämlich noch. Schreibt in die Kommis, welches es war. Aber ich glaube, ansonsten haben wir fast alle Leaks durch tatsächlich. Okay, gucken wir uns die Sachen an. Ich würde sagen, gehen wir erstmal die alten Sachen durch. Gehen wir erstmal zur Bäckerei. Aber Peter Pan, Klamotten sehen geil aus. Also die stehen ja ganz gut. Genau, hier haben wir die Bäckerei. Die Bäckerei kam jetzt glaube ich auch schon zwei, dreimal oder zweimal. Ist auch eins der schönsten Gebäude. Muss ich auch noch alles dekorieren. Was habe ich denn im Briefkasten? Dreamstips-Belohnung etwa schon? Gucken wir uns morgen an. Ja, sieht wunderschön aus. Oben oben mit diesem Croissant an der Seite. Mit dieser Markise hier mit dem Essen vorne. Mit dem Schildchen. Nur zu empfehlen. Holt euch die Bäckerei. Ein sehr, sehr schönes Haus. Muss ich sagen. Habe ich auch schon schöne Dekorationen drumherum gesehen. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal dekorieren. Dann können wir mal zu den Werkzeugskins gehen. Welcher war das denn? War das dieser Weihnachtsskin? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, das waren von Jack Skellington die Sachen. Ja. Sind auch ganz nett. Garderobe, Geräte, der Gerät. Und dann sind das hier diese skelettartigen Sachen. Da seht ihr auch schon die Gießkanne. Ich kann mal alles ausrüsten. Wie gesagt, ich finde das vom Bell und das Aktuelle echt am schönsten. Diese Leuchtwerkzeuge finde ich sehr, sehr cool. Genau so eine Handyhülle gibt es auch nochmal. Und, äh, auch noch eine Sanduhr-Skin, oder? Können wir auch nochmal schauen. Der Sanduhr-Skin haben wir da tatsächlich nicht. Ne, ne, ne. Das war noch vor dem Rifted-Time-Update mit Skellington, oder? Ne, da gibt es tatsächlich keine Sanduhr, ne? Ne. Genau, das ist ein bisschen schade. Verstehe ich dann auch nicht, warum das genauso teuer ist wie die normalen Werkzeugsets. Genau, da habt ihr die Gießkanne. Ist natürlich noch der Angeltrank drauf. Ihr habt ja diese Schaufel. Wir sind so ein bisschen, ist so ein bisschen Weihnachts-Horrormäßig. Ja. Trifft nicht so ganz meinen Geschmack. Ist ganz nett. Muss man immer wissen, ob man dafür 3.750 Mondsteine ausgeben möchte. Es gibt coolere Werkzeug-Skins. Genau, Sanduhr. Das ist jetzt das Aktuelle von diesem, ähm, von diesem Kirmes-Update nochmal. Ja, das finde ich echt am schönsten. Kommen wir schon auch nochmal irgendwann wieder. Dann können wir mal zu Anna marschieren. Olli, ich weiß, wo Anna ist. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich im Restaurant. Willst du ein paar Fakten über Restaurants hören? Nein, danke. Und dann euren ganzen Kram muss ich auch noch wegräumen. Vielen, vielen Dank. Ich muss erstmal ganz viele Kisten und sowas herstellen. So, mal gucken, wo Anna ist. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Skins immer zeigen soll. Ich meine, eigentlich ist da jetzt nichts Spektakuläres. Und ich muss immer erstmal Anna finden. Wo ist sie denn? Ich will einen Schneemann bauen. Wo ist sie denn? Anna, komm direkt nach Hause. Junges Fräulein. Wo ist sie denn? Wieder shoppen? Ich versuch's mal über den Brunnen. Immer die, die man sucht, sind weg. Ihr müsst jetzt aufgetaucht sein. Ich weiß es nicht. Wo könnte denn Anna sein? Hm, gute Frage. Jetzt ist sie zu Hause. Dann gehen wir eben zu ihr nach Hause. Ich glaub, das ist auch der coolste Skin von ihr. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Weil es leider nicht, wie teuer die alten Sachen sind. Da stehen ja die Mondsteinpreise leider nie. Vielleicht kann's wieder einer in die Kommentare schreiben. Ich glaub, so 1500 Mondsteine. Genau. Finde ich viel schöner als ihre richtigen Klamotten. Ist ein bisschen farbenfroher. Sehr, sehr cool. Ich mag ja immer ganz gerne so ein bisschen andere Skins. Finde ich sehr schön. Vor allem, weil man die Charaktere auch oft sieht. Ich finde, das lohnt sich eigentlich mal ganz gut. Kann ich empfehlen. Sieht hübsch aus. Ne? Ist natürlich immer so eine Entscheidungssache, ob man Bock darauf hat. Viele kaufen z.B. auch nur Häuser. Oder kaufen nur Dekoartikel. Wollen gar keine Skins und Werkzeuge haben. Kann ich voll nachvollziehen, ne? Ich muss natürlich alles kaufen, um euch das zu zeigen. Und ich hab natürlich auch sehr, sehr gerne alles. Ne? Das will ich ja nicht leugnen. Ich bin ja auch glücklich, alles zu haben. Ich will mein Welli ja auch ausbauen. Ich will auch alle Häuser besitzen. Alles dekoriert haben. Ne? Da freu ich mich natürlich auch mal sehr drüber. Genau. Da hat mir noch dieses Regal. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Das müsst ihr bei mir zu Hause stehen. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Weiß nicht, wie teuer das ist. Das ist 1.000 Mondsteine oder so. 1.200, würde ich jetzt so grob sagen. Oder 800 vielleicht sogar nur. Ist aber ein sehr schönes Regal mit vielen kleinen Easter Eggs. Aus bekannten Disney-Filmen. Und von bekannten Disney-Charakteren. Die ihr bestimmt alle kennt. Z.B. hier das Ruder von Vajana ist dabei. Dann ist dann noch oben, äh... Diese Kerze könnte von Schön und das Biest sein. Da oben der Bär. Bärenbrüder? Ich weiß es nicht. Könnte möglich sein. Unten diese Farbpalette wahrscheinlich von Rapunzel. Unten dieser Hut von... Ist das von Raya? Nee. Dieser blaue Baum. Ich sag jetzt einfach mal Avatar. Wahrscheinlich ist es nicht so. Auch hier das mit diesem Messergabel-Löffel. Der Spiegel. Ich glaube, es ist von ganz vielen Disney-Prinzessinnen auf jeden Fall. Ist sehr, sehr schön. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ähm, den kleinen Schrank oder das kleine Regal. Genau. Waren das erstmal alle alten Sachen? Genau, da haben wir alle alten Sachen. Wie gesagt, Bäckerei kann ich empfehlen. Skin ist cool. Werkzeuge gibt's bessere. Vor allem, da fehlt die Sanduhr. Finde ich ein bisschen schade. Raumteileregal Prinzessinnen. Genau, es geht einfach nur um Prinzessinnen. Deswegen wird's auch kein Avatar und sowas sein. Aber gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ne? Und jetzt werden wir uns die neuen Sachen angucken. Ich würde sagen, erstmal die Klamotten. Gehen wir raus. Gucken wir uns die Flügel an. Und das Peter Pan Outfit. Was ich auch sehr, sehr nice finde. Mal gucken, ob wir Peter Pan irgendwann mal mit dem Schädelfelsen bekommen. Das ist ja eine Legende, die sich schon lange hält. Könnte sein. Könnte auf jeden Fall sein. So, Rücken. Die nächsten Flügel. Wie gesagt, ich trage eigentlich nie Flügel. Und wenn, dann finde ich am besten eigentlich diese durchsichtigen Feenflügel. Die fand ich auch richtig schön hier. Das finde ich sieht nach einem Schmetterling aus. Also, das finde ich ein bisschen geiler. Die, ja, sind cool. Die leuchten zumindest cool, ne? Ja, aber irgendwie dieses Runterhängende wirkt ein bisschen traurig. Aber kann man bestimmt ein cooles, feuriges Kostüm vielleicht irgendwie mitmachen. Aber, es sind nicht die geilsten Flügel. Aber die Farbe ist ganz schön. Ja, schreibt gerne eure Meinung zu den ganzen Sachen mal in die Kommentare. Ich finde es okay. Ja, muss man nicht unbedingt haben. Genau, dann. Peter Pan. Können wir danach filtern? Ich war, glaube ich, noch nie in der Peter Pan Kategorie. Gibt es tatsächlich. Genau. Ach, die durchsichtigen Flügel. Ja. Und dann haben wir das Peter Pan Outfit, was ich echt sogar ganz cool finde. Ich glaube, das ist auch tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, eins der ersten wirklich kompletten Disney-Charaktere-Outfits. Also, wir haben ja sonst immer auch Outfits aus bestimmten Universen. Aber man sieht jetzt wirklich mal aus wie ein Charakter von Disney. Man sieht aus wie Peter Pan. Gab es bisher schon Schneewittchen-Kostüm? Gab es schon ein Vajana-Kostüm oder so? Gab es alles noch gar nicht, ne? Das ist, glaube ich, wirklich das erste richtige Cosplay-Kostüm sozusagen. Wenn ich mich täusche, schreibt es gerne in die Comics. Ich finde, es sieht cool aus. Ne? Oder? Ich bin Peter Pan und ich werde nie erwachsen sein. Juhu. Genauso wie Michael Jackson. Ja, oder? Ich finde es ganz cool. Auf nach Nimmerland. Also, kann ich empfehlen. Sieht sehr, vor allem als Peter Pan-Fan. Lohnt es sich. Lohnt es sich. Genau. Ich glaube, es ist wirklich das einzige Kostüm. Vollwertig. Dann Brunnen. Gucken wir uns den nächsten Brunnen an. Der sieht auch geil aus. Oh Gott, wo könnte der wieder sein? Wahrscheinlich bei Sonstiges, ne? Wäre einfach cool, wenn man Kategorie Brunnen eingeben könnte. Das wäre auch richtig schön. Oder Kategorie Ladenshop. Äh, Mondsteinshop oder sowas. Ladenshop. Wie gesagt, kommt auch gerne in meine neue Facebook-Gruppe. Link ist in der Kanal- und Videobeschreibung. Falls ihr keinen Bock auf Discord habt, da irgendwie vielleicht das nichts für euch ist, euch kein Konto machen wollt, kommt gerne zu Facebook rein. Da könnt ihr euch auch austauschen. Dreamstabs reinschicken. Ich bin da auch mal ab und zu. Brunnen Ratatouille. Oh, der sieht cool aus. Ja, der gefällt mir. Oh, das ist eine Mondsteinkiste. Den stellen wir erstmal hier hin. Ja, gefällt mir. Da gehen wir direkt hin. Ja, ja, ja. Ihr kennt auch hier diese Walt- und Mickey-Statue sehr, sehr gut. Ich liebe ja sowas. Oh, schön. Einfach so schlichte, schöne Deko-Artikel. Ja, wunderbar. Oben ist Ratatouille drauf. Oh, man kann die sogar... Oh. Eine Symphonie des Wasserspritzens. Oh. Und oben ist die kleine Kanalratte drauf. Süß. Ein paar Bierflaschen drumherum. Das sind auch so kleine Ratten. Aber cool. Okay, er hat sogar eine Interaktionsmöglichkeit. Ist zu empfehlen. Der gefällt mir sogar besser als... Oh, der gefällt mir sogar besser als da hinten, dieser Brunnen. Schön. Muss ich gucken, wo ich ihn hinstelle. Gefällt mir sehr, sehr gut. Würde gut auf den Hauptplatz passen. Zu empfehlen. Mag ich sehr, sehr gerne. Und wir nehmen hier noch die Mondsternkiste mit. 50 Mondstände wieder zurückbekommen. Das sieht cool aus. Ne? Auch, dass da nochmal so eine Fontäne rauskommt. Hat auch so ein bisschen Las Vegas-Vibe. Schön. Schön, schön, schön. Mag ich. Und da haben wir das letzte Haus natürlich. Da muss ich erstmal Platz für schaffen. Haben wir auf der sonnigen Ebene noch Platz? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Müssen wir mal wieder hier ein Haus wegmachen. Tschüss. Blumen. Kann man ein Haus da draufstellen? Ich weiß es gar nicht. Die Ebers haben wieder sehr viele Blumen vorbeigebracht. Eves Schiff. Hier unten müsste das sein, ne? Genau. Äh, ja. Ist doch gar nicht so groß. Ach, das geht doch. Wo verschwinden eigentlich die Blumen hin, wenn man die wegmacht? In mein Inventar? Ach, das sieht auch geil aus, das Haus. Da fliegen wir auch mal eben direkt hin. Brunnen gefällt mir auch sehr gut. Peter Pan Outfit ist sehr, sehr nice. Gutes Shop-Update auf jeden Fall. Muss ich sagen. Bis auf die Flügel. Braucht man nicht unbedingt. Aber vielleicht gefallen ihnen ja ein paar. Also ist jetzt nicht so ganz meins. Oh, hier haben wir noch eine goldene Kiste. Nehmen wir auch nochmal mit. Dankeschön für die Münze. Gehen wir hier lang. Ja, ich weiß nicht, wohin noch mit dem Haus. Mein Wald ist ja schon fertig. Meine Lichtung ist auch schon fertig. Können Sie mir halt wieder im Dschungel vorstellen irgendwie. Obwohl es eher so eine Waldbehausung ist. Aber Dschungel ist auch gleich ganz cool. Sieht schön aus. Ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Auch mal wieder was komplett anderes. Schreibt mir auch gerne, ob das aus einem bestimmten Disney-Universum ist oder so. Hier ist vorne. Ja, sieht schön aus. Wie gesagt, man kann ja auch reingehen natürlich oben mit den Bäumchen. Ja, ist relativ schlicht. Ist jetzt nicht viel Vierlefant dran. Kostet auch nur 3000 Mondsteine. Ein paar Töpfchen dahinter. Genau. Ich find's ganz nett. Vielleicht stell ich's mir sogar echt in den Dschungel oder so. Ja, also den Dschungel kann man jetzt wirklich gut ausrüsten. Schreibt gerne, in welches Biom ihr euch das Haus reinstellt. Ob ihr euch das holen werdet. Was ihr euch holen werdet. Und wie das mit den Mondsteinen bei euch so ist. Würde mich sehr interessieren. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, danke, danke schön. Bald kommt ja auch wieder das Update in drei Wochen, hoffen wir in drei bis vier Wochen. Aktiviert gerne die Glocke. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder Stream wieder. Genau. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 . Ciao.